Wissen Sie was? Die Ecke ist gar nicht so übel hier. Da hast du völlig recht. Ich fühle mich ja ausgesprochen wohl. Ich bin hier aufgewachsen. Im Ernst? Ja. Sie? Als ganz kleiner Junge. Das gibt's nicht. Der kleine Stuhlmann ist hier rumgerannt. Ich persönlich, ja. Das gibt's nicht. Wir sollten Fritz aus dem Wagen holen, damit er ein bisschen Auslauf hat. Nun sieh dir das an, was die Leute so alles wegwerfen. Ein Nuss-Schokoriegel, nur einmal abgebissen. So eine Schweinerei. Die Ameisen lieben Nuss-Schokoriegel. Wollen Sie den wirklich essen? Sollen wir halber-halber machen? Nein!